Die Wissenschaft ist dadurch ein bisschen bedroht, als die Barriere, um Informationen weit zu verbreiten, enorm gesunken ist. Also es kann heute ein YouTuber mit relativ geringem Aufwand einen großen, großen Kreis von Menschen erreichen und auch beeinflussen und damit auch vielleicht eine Kommunikation in die Welt setzen, die am Ende sich als nicht stichhaltig erweist. Der einzelne Bürger wird also überwältigt von unterschiedlichsten Informationen, die er in seinem Wahlsgehalt gar nicht mehr richtig abschätzen kann. Meine Überzeugung ist, wir müssen sicherstellen, dass bestimmte Organisationen, wie zum Beispiel die Max-Planck-Gesellschaft, aber auch andere, einen Qualitätsstandard darstellen, auf den sich der einzelne Bürger dieses Landes verlassen kann. Das muss einen Stempel haben der Wahrhaftigkeit und ich glaube, das ist die einzige Chance, die wir haben, uns in diesem Vielfalt, in diesem Meinungswust auch auf die Dauer zu behaupten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017